jetzt sind wir hier im tag 6 angekommen muss mal hier hintergrund abmachen die aufnahme läuft der stream auch heute mal wieder auf twitch die aufnahme später dann auf youtube mal sehen was uns hier heute mal einer an einem sonntagnachmittag erwartet ich muss schon sagen vom server her war bei der ersten demo mehr los aber der ersten beta mehr los ganz kurz den stream kontrollieren ok na ich bin auf jeden fall drauf nur mein monitor was hat er denn was hat er denn jetzt haut das hin zu machen jetzt sehe ich was und jetzt seht ihr was sehr schön wo waren wir letzte stehen geblieben genau wir waren ja mit dem scharfschützen quer unterwegs das hat mir eigentlich ganz gut gefallen nur habe ich kein visier drauf wie soll denn das funktionieren anpassen niedrige maustaste wir haben noch keins aufsätze die kapazität ach so ja naja ist ja wurscht das muss ich dann einfach noch neu versichern ist das jetzt ausgerüstet ausgerüstet ja sehr nice 30 schuss ist mir definitiv zu wenig aber wir verlieren ach ja genau das gab es nämlich auch als beschwerde es gibt keine möglichkeit die ressourcen zu verkaufen genau es gibt keine es gab keine möglichkeit jetzt mit dem hier kohle zu machen weil mir ja schon langsam die kohle ausgeht wie schaut es mit den aufträgen aus da ist keiner abgeschlossen wo war das auf g ah doch den einen habe ich abgeschlossen wo war denn das das waren das sind die technologie typen da muss ich in das basis lager genau dann hätte ich schon fast gesagt das wären die da gewesen die verbundbleche glaube ich waren die erste fraktion vorne falsche taste ja der l4 sprengzecken jagen oh nice das gefällt mir gut abschlussbelohnung dann bekommen wir einen rucksack aber die waffe ist noch nicht frei hier ne leider noch nicht da brauche ich was okay level 5 machen wir schon das läuft nämlich ganz gut jetzt holen wir uns die ausrüstung zurück vom letzten mal ich schau mal aber hier glaube ich gab es auch keine möglichkeit zu verkaufen oder ich bin ja stranger hehehe ähm was haben die für waffen gewöhnlich 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 bis zum 7 bis zum 10 gehen hehehe put it to good use okay okay ah excellent Es ist Coral Land. Best Qualität. Excellent. So, was haben wir eigentlich für unsere Pumpgun? Schrottflinten-Munitionswandler. Nice. Okay, das fängt sich dann einfach an. Der Piz der Vorläubige Zeit zum Nachladen. Sehr schön. Ein bisschen mehr Munition war auch nicht schlecht. Scharfschützen-Munition muss ich kaufen. Und meine Waffen zurück. Sehr nice. Dann werde ich nämlich jetzt gleich ein neues Loadout wählen. Und zwar, wo ist mein Baby? Schaut's denn eigentlich mit dir aus? Da haben wir gar nichts in die Siri. Hier auch nicht schlecht. bn kalian bitte. mäßig muss euch schon mal verlete sein. ARD Text im Auftrag von Funk Es gibt bedrooms ja wirklichle Kal프. Ich hoffe, Sie wissen, wie man das benutzt. So, jetzt haben wir die mit. Scharfschützen-Mulizierung, da haben wir keine hier, aber wir könnten uns die 250 mitnehmen. Die 50 brauchen wir jetzt momentan nicht. Gibt es aber hier glaube ich auch, oder? Ja. So, was haben wir denn damit? Wie ist denn 10? Also, wie ist denn 15? Das müssen wir nach vorne beim Terminal ändern. Wenn ich Glück habe, kann ich ja schon 3 nehmen. Besseren Rucksack hätten wir jetzt auch. Aber übertreiben wollen wir es nicht. Kleiner Rucksack, mittleren habe ich keinen. Das ist ja der normale, mittlere. Aber warte mal, ich habe mir doch einen gebaut, müsste doch fertig sein. Wo war denn das? Nicht hier. Was hier nämlich? Da war es. Ausrüstungsdrucker. Müsste ich mir jetzt einen gemacht haben, oder nicht? Oder kam der dann sofort in mein Inventar? Okay. Warte ich noch nicht mal an, warum sollte ich die reparieren? Aber ja. Cool. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber, hm. Habe ich den jetzt schon bekommen, ne? Oh, Baby. Ja, da fehlt mir noch ein... Vielleicht muss ich mehr Material mitnehmen. Aber das ist halt nicht so einfach, das zu überleben. Ich würde schon sagen, dass der gedruckte ist. Hähem. 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 Ja, diesmal wäre man ja gar nicht so schlecht ausgerüstet. Mal gucken, was uns am Tag 6 erwartet. Den muss ich halt dann zahlen. Sollte ich es verlieren. Obwohl den Rucksack könnte ich mir wieder drücken, da wäre er jetzt nicht so. Na, das ist fast das Doppelte. Gut, vorerst. Könnte so machen. Einsatz starten. Sollte ich es nicht so gut ausgerüstet. Sollte ich es nicht so gut ausgerüstet. Sollte ich es nicht so gut ausgerüstet. Nices Visier. Nice, nice, nice. So, wir sind hier. Dschungel Parkplatz. Hier haben wir unseren Lootort letztens gefunden. Da wären wir gar nicht so weit weg. Na, wir sind hier aufgerüstet. Okay. Das ist für mich. Das sind die zwei Nickel, die wir brauchen für unsere Verbesserung. Wie komme ich jetzt da nicht ran? Wie komme ich da nicht ran? So unbewohnt ist sie ja nicht. Wie komme ich da nicht ran? 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 Zweifach ist hier schon mal viel besser. Wie komme ich da nicht ran? Das hier gar keine Tiere sind, wundert mich. Wie komme ich da nicht ran? 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 Ich habe mich da nicht ran. Wie komme ich da nicht ran? Das ist dem wurscht. Und schießen kann der auch? Seit wann? Die Viecher sind ja echt extremstherr. Mach den Maul auf. Verdammt! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ja super die sind verpackt auch ganz toll da ist er hat er mich er haut mich nur zweimal als ich bin weg ok etwas anderes hat seine aufmerksamkeit oder er bringt sich vom sturm in sicherheit das kann natürlich auch sein glück als ich da reinkommen ach so gute güte das ist als unterschlug zu wenig sturm was ist das batterien ja ja Okay. ach du gute güte brauch irgendwo unterschlupf ich kann nicht mehr da reinkommen wundert mich das schaut gut aus um mich zu verstecken wach 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 Das war's. das ist immer noch der kommt bei dem nicht vorbei das ist immer noch da einander weg suchen es ist immer noch da einander weg an 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, oh. Tja, jetzt werden wir gleich drauf gehen. Wenn wir nicht gleich was finden. Oh, nice. Das langt, glaube ich. Sicher ist halt anders, aber was wir nur machen. Oh, okay. Okay. Na, was ist das mit dem Sturm? Das war ich. Oh, so gut. Oh, so gut. Oh, so gut. Oh, so gut. Wow, das ist ja schon ein anderer. Oh, nee, nee. Da war ich schon ein zweiter. Ja, was hieß, der Sturm kommt? Da war kein Sturm. Junge. Da wäre ich ja nicht da stehen geblieben. Okay. 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 So was können wir da auch kaufen? im Shop hier. So, So, dann bin ich gespannt wo wir jetzt landen und hoffentlich das wird etwas besser, besser Standort Okay Östliche Höhlen Nordosten Ah, Nordwesten, Entschuldigung Aber das mit dem Versicherungspaket ist schon mal eine wesentliche Verbesserung zum ersten Modell finde ich schon mit den Marken, weil es ist nicht leicht diese Rucksäcke zu haben die zu craften Der weiß ich, der hat ordentlich Durchschlagskraft Da geht es Und Ja, das ist gut. So, die zwei haben wir mal fix mit, können wir uns mal eine Verbesserung schon leisten. Ich brauche immer noch die Verbundbleche. Was haben wir hier? Mehr Zweckwert zurück. Okay. Oh, da war ich auch noch nicht. Okay, hier scheinen zwei zu fighten. Okay. 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 Den Fluss überqueren und dann hätten wir es. Ach nee, oder? Drei Leute? Oder sind die? Ja. Ja, toll, ne? Ja, ich muss genau die Richtung. Eigentlich, wo die jetzt da herkamen. Wenn ich den Schnellbeweg falle ich noch schneller auf. Ja. 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 9, 2, 5, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10 Die traurische Kolben habe ich gefunden, aber die Verbundbleche leider noch nicht. Aber erfolgreich ist erfolgreich. Manipulieren einfacher, Maschinerie und Elektronik benutzt, denn selbstverständlich auch Waffen. Okay, das mitführen oder was? Interessant. Ich bin neigertig, ob das auch mal zur Erklärung kommt, für was man dann die Sachen brauchen könnte. Wie gesagt, ich hätte da noch keinen Markt gesehen, dass ich hier Sachen verkaufen kann. Die kann ich nur produzieren mit den Sachen. Da fehlt mir was. Polymetallisches Fertigteil. Okay. 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 So, jetzt können wir sich die Bergbank herstellen oder aufrüsten. Zwei Stunden ist fertig, sehr nice. So, wie schaut es da mit den Sachen aus? Schlafschützenmunition habe ich gefunden. Da könnte ich glaube ich keines mehr. 29 Minuten kriege ich die frei. Kann man da noch etwas aufbessern? Ne, ich glaube, da fehlt mir ja doch. Was ist das? Gehärtetes Metall. Okay, wahrscheinlich kann man immer nur eine Verbesserung machen. Na gut, weil das so gut lief, wagen wir noch einen Ausflug. Aber was nehmen wir mit? Standard wäre wie das, was wir jetzt haben. Was? Spürt ihr die Update? Verbesserungszeit abgeschlossen. Was? War das nicht was mit zwei Stunden? Ne, das waren Minuten. Okay. Da braucht zwei Minuten. Gehärtetes Metall und Textilien. Erzwungene Updates. Oh, das hört sich aber böse an. 14 Minuten Vorratskiste. 26 Minuten unsere Waffen zurück. Ja, das ist eine Schrotflinte. Ist nicht so mein Ding. Aber die Durchschlag 15. Dann noch ein Visier drauf. Ich weiß nicht, ob ich das bei meiner Waffe so anlegen kann. Ja, ich habe die Versicherung gerne auf. Genau. Munition haben wir zwei 50-50. Die Geschwindigkeit wurde auch aufgebessert, aber wir schmeißen uns nochmal ins Gefecht. Eine Runde machen wir noch. Jetzt sind wir bei einer Stunde knappe Aufnahme. Ne, vielleicht mache ich zwei Folgen für YouTube. Ne, vielleicht mache ich zwei Folgen für YouTube. Tum, tum. Da kommen sie schon mal runter. So. Ah, im Sumpf, da müssen wir die komischen Tierchen da jagen. Sprengzecken. Und die Pilze. Ich weiß, gab es da ja Sprengzecken. Okay. Lässt mich da nicht drauf. Brauche ich? Ne. Was ist mit ihm? Na hallo. Okay. Hallo. Verbundblech. Oder gehärtete Metalle. Okay. Nehmen wir die Batterien mit. Okay. Nehmen wir die Batterien mit. vor. So. Zwei noch von den Teilen. So. Jetzt absoluter reiner Zufall, dass ich das Teil jetzt da gefunden habe und genau den brauch, aber jetzt noch zwei zu finden. パ reiner Zufall. Vielen Dank. 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 Okay. Okay, na dann, dann war's das für heute, liebe Leute. Dann sehen wir uns morgen wieder, dann sehen wir uns morgen wieder bei der neuen Runde zu der Cycle Frontier. Man sieht's, das Spiel ist fordernd. Finde ich cool, finde ich cool. Hat mich gefreut, dass ihr da wart und ich hoffe, das Video macht euch Spaß. bleibt's und bis bei您, bis zum Beispiel, bis zum Bein... Hatte ich noch mal, bis zum Beispiel... Und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.